Freunde, wir widmen uns dem Bunker und zwar der Erkundungstour vom Bunker. Ach du Scheiße, es ist hier dunkel, Junge. War es hier schon immer so dunkel? Ähm, hier konnten wir ja Gasmaske abmachen, du läufst auch sonst wo lang. Ähm, und zwar, wir müssen einmal hier lang. Ja, geh mal rüber, ne? Ja, Pfeifert, Junge. So, dann müssen wir einmal hier lang. Zack. Ähm, Board einmal rüber. Hier ist ne Storage. Oh, NDP Dings. Und ne Tushanka, äh, Tushanka lass ich jetzt mal hier. Hier muss auch noch ne Storage. Und hier geht's nicht raus. Wenn man mit hoch war. Hm, aber da gibt's eigentlich auch nichts. Nur ne, da waren, äh, NDP Batterie, Mad Kids. Ah ja. Also hier kann man auch, äh, paar Mad Kids aus dem Bunker rauskratzen. Ja. Allgemein relativ viel, aber das ja. Genau. 50% haben wir schon. Ach du hast 50%? Hm. Ich auch. Genau so. Boah, Junge Ampiller hängen bleiben, gar keine Lust. Äh. Ja, genau. Ähm, wenn wir auf den Symbionten treffen, dann, äh, werden wir ihn legen. Legen. Auf jeden Fall. Genau. Damit wir da einfach noch da die Prozente machen, weil da gibt's ja auch noch Prozente. Genau. Äh, hier geht's lang, ne? Ja. Geh mal kurz mal hier so. Weil wir müssen jeden Scheiß abgrasen, Freund. Äh, öh, 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 öh. Was ist denn hier lang, Jungs? Ah, moin. Flash. Ja. Seht sehr schmackhaft da drüben aus. Äh, ich hab nur zwei Hinterladen bekommen. Äh, 55 hab ich. Ja, genau. Äh, wollen wir oben rum? also ich wollte gerade gucken ob man mehr von da aus so runter kommt ja krass frage ist jetzt kommt man muss man da unten auch lang hat auf grün hier gibt es 60 prozent 60 jahre noch mal in der scheiß ecke jetzt habe ich natürlich keine ausdauer so ein ding ist das der lasse den normalen weg und nicht runter springen wenn wir ein bisschen nein guck mal ja und hinten ist eine riesige kälte wird richtig viel flaschen dann solch eine cider nehmen ich habe wenn ich drüber denkst du dann nutzt doch einfach wir laufen hier noch ein stückchen willst darunter einmal hier so in diesem ach so einfach mal ja wenn ich auch gerade ein paar meter nur es könnte aber wirklich sein dass wir hier okay da muss man sagen da haben wir die aber ich glaube den inneren teilen haben sie mich hier hinten gibt hier hinten das auch noch mal ja ja weil es gibt bestimmte spots wo die fünf wo also die prozent das ist ganz interessant das sieht mir sehr tief aus hier hinten ist gold ja 70 muss auch sagen wir waren hier noch nicht drin ohne witz also wir waren hier wirklich noch nie kohle ja kohl rohstoffe gibt es hier ein paar aber da gehe ich doch lieber in die andere line aber ja ist halt näher ja wenn ich immer ausruhen darf nach rechts also dicht ist es loch da und dann können wir wieder hoch ja 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 hast du gasmaske aus java nö ich habe keine gasmaske achso ich hab die ganze zeit ja ich hab die ganze zeit ja ich hab die ganze zeit ja da oben war jetzt nichts mehr ne ne da war seine kasse ok da waren die zwei goldquen und dann achso ja 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 danach links hinter dir ich hab wieder rubberband in sein uros vater aufpassen hier sind diese sollte man vielleicht licht ausmachen damit man die besser sieht nicht nicht schön das sind beide ja 75 oh hier ist die storage box 75 ja oh große medikatz die nehmen halt hm 75 die spawnen aber schneller ja ja also hier waren die dings da wo es auch die linie fest gab so ne wie hießen das last component ah stimmt ja hier war die eine stash auto schocker da nehme ich jetzt nicht mit oder ne ne ich nimm's mit ja aber das klug mich dann mir dann halt wieder zu ist ah hier ich denke aber wir haben das hier schon die prozente wenn hier was ja jetzt mal NDP battery und sechs ähh Searing Threats lass mal hier ach das wär n hase jungen da ist noch was ich muss nachladen ich glaub wir haben hier schon die prozente dadurch das wir hier schon mal waren wegen den last components hier waren wir auf gar kein fall das weiß ich aber hier gibt es sozusagen schränke und da sind keine netkits drin sein Mhm. Geh erstmal auf den Klo. Oh cool, chillig. Leer. Ich hab immer noch 75, ne? Ja. Ich denk die Cafeteria wird aber irgendwas sein. Ja, ist safe. Geh nochmal bei dir rum. Ah, hier bei mir 80%. Du musst hier in die Küche. Ja. Es könnte ein längeres Video werden auf jeden Fall. Wieder Rubberbending. Wir lieben es. 80% Yo. Und was für welche? Mh, 762er, extra. Was für meine, äh, Pioneer. Na ja, hab nur noch 20 Kugeln dabei, geh ich dir später. So. Hier ist ein Wodka. Ähm. Ja. Ich hab den Jelly nicht getroffen. Also links waren da grad keine Prozente. Wir gucken mal jetzt noch hier. Ja. Ich hab den Jelly nicht getroffen. Du kannst aber auch nur Leichen durchsuchen, die Fliegen über, also mit Fliegen berauschen machen. Echt? Ja. Bei den vorigen Leichen, da konnte ich nicht durchsuchen und die hier machen sozusagen. Mit Fliegen und dann kann man es nicht suchen. Das ist mir grad aufgefallen. Ah, hier sieht's aber dann, oi. Okay, Schuttgunschuss. Ja, 5% hier. Also 85 jetzt. Auch nochmal Schuttgunschuss. Ah, Medi und Medi-Kids nehme ich mit. Ja. 85, ne? Ja. Mhm. Wir zeigen natürlich jeden Spot, wenn wir auch 100% haben, weil wir waren ja schon im Sinne, wir haben weiß ich nicht mehr. Genau. Vielleicht kommt meine Lieblingsstelle, so ein Ding ist das. Oh. Oah. 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 Wodka. So. Gucken wir mal hier lang. Zack, zack, zack. Hier ist nix. Aber auch nichts, aber nur Wodka. hier ist die höre ich auch ne goldkette wäre da drin. Willst du das ausnehmen? nimm du ok so 90% ne? sehr gut. also wie gesagt da gibt es halt bestimmte spots hier im bunker die dir die prozente geben also meine stamina regeneriert sich aber auch echt kaum hat mir jetzt auch keine prozente gegeben ja also ich habe keine stamina also gar keine. da warten wir kurz mal an die holen. den haupte ich hin ja also ich habe zwei ndp batteries soll ich dir die geben dann hast du deine schon deine quest na alles gut. aber dann hast du deine quest schon. den klumpst nicht zu. weißt du? ja komm wir gehen feiner auch ein großer raum fährt die flash die da ja siehst du das hier so leuchten ne? jaja natürlich der vergiftet mich natürlich die fehlt mir hier für die flash hinter verbrochen als für uns im jahr ja ja ui da sind ein paar ui da sind ein paar in den flash hinterwirkten glaub ich versuch ich bin hier gerade noch mal an einem abgegangen die runde sie wiegt halt 91 ne? ja 78 95% ja guck mal hier gibt es nächste äh nickel ne? weiss ich gar nicht mehr. zu lange her. glaube ja. guck mal hier gibt es noch was. goldkette. nimm mit. kannst du stacken. so lebt hier noch ein flash. aber ich würde ich würde halt wirklich die NDP verdery dir geben weil dann habe ich wieder ein kilo frei. ja gibt ja. ähm wollen wir es draußen machen oder was? ach ich lege einfach in auf den boden. ok zack zack hast du die quest schon mal weisst du? genau so dann mal gucken wo die letzten fünf prozent wieder sind. hm wie immer ich weiß gar nicht. elektro da. ey äh achso. hm also woran ich mich glaube ich noch erinnere war, dass äh man musste über die container entweder springen und beim boss im yondraum musste man hier die strecke lang gehen und dann hier irgendwo in der ecke hier so. also hier so lang. ok das waren dann auch nochmal prozente. ja ich würde trotzdem hier mal lang gehen, falls ich das schon bei dir gemacht habe weisst du? also äh falls ich das beim symbionten schon mal gemacht habe, ohne es zu wissen. weil hier sind nun mal äh searing threes, acht stück. und zwei tuschonka. wir haben die damals fünf stunden gemacht. ja in der halbjahr ja. euren stuff jungs. so einfach hier herkommen. so jetzt fängt natürlich die sucherei an, ne? ich glaube ich weiß wo die dazu prozente sind. meinst du? ja über die container ist das wahrscheinlich, weil das haben wir echt gar nicht bestätigen gemacht. ja den ring habe ich jetzt mal nicht genommen. war es wahres geld, aber wenn du irgendwie noch NDP batteries oder so findest, ne? sag Bescheid. ja ja. eine brauche ich noch? das ist ein HP, ja genau. non fierce metal lass ich erstmal drinnen. ja ja. sind ja nur drei stück. ja ja. ich habe eine hier. lege ich auch mal vor. sehr gut. vorsicht grün, ne? ey. ja bei dir. achso. lass mal zu. hm. so. in die container mal rein. hast du schon in allen, also? ja ich gehe davon aus, dass wir halt über die container springen müssen. ja. ja. könnte gut möglich, achso du meinst hier? hm. hier drüber. brauchen wir ein bisschen stamina. ja. bei mir. hier. da ist da wie ne A. so. also. da hast du ganz Stash, Junge. da oben? auf. ja hä? da drinnen. ja. ach im container? ja. ja. da muss ich mal. ah. zwölf large medium medikits. äh. zehn nitroglycerin. äh. ja. nehmen wir vielleicht nachher mit, oder? wir machen. mal da rein. hier oben. hier oben, weißt du? hm. so. ja super. gut. die 100% haben wir. also im endeffekt ist es genau derselbe raum. wie beim boss. wenn man das so jetzt sehen mag. nur halt aufgeräumter hier. nur aufgeräumter, genau. und ich würde sagen, das war's. oder? hm. vielleicht noch zeigen welchen spot wir da meinen. aber eigentlich haben wir es ja schon gezeigt. also im endeffekt. aber ansonsten sollte man, sollte man hier auch lang gehen. also äh. wie beim boss sollte man auch da lang gehen. genau. genau ansonsten seid ihr eigentlich durch. und äh. ich würde sagen, äh. wir sehen uns in der nächsten Quest. bis dahin. tschüss. tschüss.